Diese Gerechtigkeit, dieser Ausgleich, dieses kluge Gespräch, dieses herrliche Leben, ja sogar das Sterben ist hier wunderschön. Das ist die Welt, wo ich hingehöre. Es war alles hohes Drama, normal wurde nicht gesprochen, man weinte, man schrie. Und das Publikum selber war genauso naiv. Die waren imstande, den Bösewicht später aufzulauern, hinter der Bühne und ihn zu verhauen. Da kam mein Vater her, er kam aus diesem Theater, ja. Aber er wusste, das große Theater ist Welttheater. Damals großes Theater war Berlin. Dort wurde er begrüßt als der König der Kostümen. Und das ging wie ein Lauffeuer, Garlach, 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 alles hier. Man sieht es ja an den Bildern und man sieht ja an den wenigen Dokumenten, die man hat, dass er eben eine unglaublich intensive und eine unglaublich wirkungsvolle Erscheinung war. Er war der wildeste jener Zeit, in der Ära des Expressionismus, der expressionistischste. Er stürzte an die Spitze, mit Urkraft. Er schaffte es schnell. Und die meisten Schauspieler haben dann erst Karriere hier gemacht, als dann Anti-Nazi-Filme gedreht wurden. Und spielten dann ironischerweise die Rollen und die Personen, vor denen sie geflüchtet sind. Der Mann, der mich holen ließ, fragte mich, ob ich schlechtes Englisch kam. Ich sagte ihm, ich bin der beste Englisch-Schlechtsprecher der Welt. Er lachte und wir hatten gleich Kontakt. Lubitsch engagierte mich am Abend der Premiere. Und ich kann filmen mit der Greta Gabo. Du siehst, es gibt über jedes Wort tausenderlei zu berichten. Alle sagen mir, wenn ich erst in dieser Rolle gesehen werde, dann werde ich mich hier durchsetzen und viel mehr verdienen. Ich habe das feste Gefühl, dass ich hier bleibe. Und möchte endlich, dass wir beide zusammenkommen. Nicht, Lotte? Du gehörst doch zu mir. Im Glück, im Unglück und hoffentlich endlich wieder im Glück. Freust du dich nicht sehr, dass es doch so kommt? Tausend Küsse. Dein Neger. Dein Neger. Blick. Vielen Dank.